so willkommen zurück hoppla was habe ich jetzt gemacht das wollte ich nicht geht ja gut los ich habe mal geschaut ich hoffe doch jetzt läuft ich denke mal das liegt an dem tag an dem ich das immer aufgenehme ich hatte schon mal probleme mit dem spiel ich vermute einfach mal es lag an meinen wir im programm weiter es sich immer an dem selben tag updates zieht ich hoffe doch sowas tritt nicht mehr auf und nicht es ist einfach nur nervig das hat man ja das dabei genau wir wollten uns jetzt langsam aufmachen neue sachen zu bauen das heißt wir jetzt auch nur wir wollten aber auch weiterkommen wie wir sehen uns für primär stein ich denke mal wir können es uns leisten noch ein stein mit mehr als noch ein sollte man nicht bauen aber wir können ja schon mal die baume auch noch nicht schneller machen können wir auf jeden fall leider habe ich noch keine maus wie es mir gewünscht habe dies bestellt die sollte eigentlich schon links da sein abgeschickt wurde selbst im nächsten so bei ebay keine ahnung was ich gerade gemacht hatte ich hoffe es ist nicht negativ gewesen wir haben genug tabak kakao sollte jetzt auch genug da sein und gewürze müssen es bloß holen das schiff muss repariert werden 26 tonnen ich denke mal zur not können wir auch nachrüsten kann man ja ganz schnell mal ein bisschen rüber kann hier muss auf jeden fall ein größerer konto hin so können wir uns den leisten das wird auf jeden fall hinpassen eine güter die verloren gehen sind ja im grunde verlorenes geld ja ich denke mal soll es eigentlich darüber ja was wollte ich denn jetzt eigentlich ursprünglich machen habe ich angeht so sprechen wir über das du wirst repariert ich wollte auch mal gucken ob ich die große wert mittlerweile habe nachher habe ich eigentlich gerade gesehen ich trottel aber wir haben die große burg zumindest schon mal die könnte man jetzt bauen die bildet ein bisschen schneller die einheiten aus die kleine burg reichen scheibenkleister es fehlt an stoffen weil die dinge alles wegziehen das ist natürlich suboptimal zwei tonnen was wollt ihr 99 prozent sind ich mal unzufrieden warum die ich unbedingt stoffe brauchen kann ich euch nicht sagen weil eigentlich brauchen sie sie gar nicht die haben ja die kleidung dafür stoffe steigt haltet den rand stoffe weg jetzt soll ich noch mal kurz ein bauverbot erhängen verhängen nicht erhängen bei der gelegenheit könnte ich hinten eigentlich noch ein paar stoffe anbauen ach das geht doch gar nicht uns ne da geht es natürlich nicht da ist noch ein ganz kleines gebiet unerschlossen das ist auf der haupte in sie ja sowieso ein tabu schiffsreparatur beendet da können wir an der stelle ja eigentlich ein paar stoffe noch anbauen und kein geld naja wenigstens haben wir eine ordentlich positive bilanz der stoffe steigt ja auch wieder gewürze sinkt aber der ist auch nicht ausgeladen gewürze ist wieder voll ich glaube ich muss demnächst auf jeden fall da oben mal ein bisschen weiter bauen das fehlt da wahrscheinlich außer geld natürlich geld fehlt uns wieder dafür müssten wir jetzt wahrscheinlich genug heißen er ist hier die erdschmelze pläst auch aus allen nähten ein feuer eins kann doch gar nichts mehr brennen oh nein ja okay daran habe ich jetzt nicht gedacht ich dachte so weit reicht das ding nicht unter den gesichtspunkten lohnt sich halt eine feuerwehr hier doch weil ehrlich gesagt eine gewürzplantage ist ein bisschen teurer als eine also die immer wieder aufzubauen ist einfach nervig genau was ich ursprünglich bauen sollte eine webstube und es ist echt erstaunlich dass wir immer noch probleme mit dem geld haben was garantiert nur dem einkauf verschuldet ist hier garantiert der kann auch mal ausladen zehn tonnen mit und du holst erstmal ein bisschen werkzeug ab damit wir da ein bisschen mehr den alkohol die alkoholproduktion ankurbeln können das sieht mir nämlich ein bisschen verdächtig nach rückgang aus da muss schon dabei sind ziegel auch noch ein bisschen kanonen brauche ich jetzt nicht wenn ich mich auf ein längeres spiel einrichte dann werden natürlich alle inseln mit mauern erstmal gesichert und dann habe ich auch auf jeder insel immer genug werkzeug holz steine und kanonen damit wir jederzeit wenn not am mann ist einfach mal ein turm bauen können weil wenn ihr soldaten auf der insel habt und ihr könnt das nicht und ihr habt keine anderen soldaten um die loszuwerden habt ihr ein problem aber es gibt einen gemeinen trick mit dem ihr den computer überlisten können mit computerspielern geht das mit menschlichen nicht und zwar wenn hier zum beispiel plötzlich soldaten einfallen zieht einfach ein stück wald von hier bis hier rüber vollkommen durch dann bleiben die drin stecken und der computer ist nicht so schlau um wald zu zerstören und dann löstert die einheiten auf so einfach geht das allerdings empfiehlt sich einfach mauer zu bauen dann könnte ich nicht einfach landen das ist viel einfacher das erspart eine menge ärger naja so jetzt haben wir doch schon wieder geld wenn wir mal kurz nichts machen steigt das geld ja das ist nur der haue einkauf der uns so reinreist aber irgendwann stört einen das auch nicht mehr wenn man nicht genug geld hat wir haben jetzt noch nicht genug geld aber es wird ja schlecht nicht mehr machen wir sie mal so es hat vielleicht mal ein bisschen mehr sand piraten ihr werdet von piraten angegriffen ja aber immer greifen sie auch nicht an ich verstehe das prinzip nicht manchmal segeln sie einfach vorbei ich weiß gar nicht ob ich piraten schon mal erwähnt hatte das ist ein buch oder eine buchreie ich persönlich habe es noch nicht gelesen aber ich habe ein anderes buch von dem der es geschrieben hat gelesen und das fand ich ganz gut vielleicht holt ich mich irgendwann die reihe muss nochmal nachgucken bisschen was das für worum es da genau geht ich kann es mir schon vorstellen aber man weiß ja nie so recht produziere mal rum hier dem passiert zum beispiel jetzt nichts ich verstehe es einfach nicht vielleicht hat er angst dass wir einfach einen kanonentum zur unterstützung bauen das würde ich jetzt ehrlich gesagt auch machen einfach einen kanonentum dran bauen gesichert es tut mir leid dass sie jetzt einfach bei mir drin immer wieder speichern und hier haben wir uns schon fertig ah ja schon 53 tonnen und gerade mal zur Hälfte voll also wir sollten auf jeden fall hier überall zumindest hier im konto 4 bauen kostet aber 250 das vollkommen gleich einzige unterschied ist einfach nur dass der die lager sind einfach einiges größer würde mich natürlich freuen wenn man die märkte auch irgendwie aufbessern könnte wenn man da was weiß ich wie viel noch zusätzlich mit rein machen könnte aber es geht leider nicht könnte ich mir eigentlich überlegen sie weiter ausbauen zu lassen ja bis auf alkohol scheint ja alles zu steigen groß und ganzen kann man sich ja nicht beschweren bis auf dass es gold weg ist ja das ist doof aber das ist auch eher die ausnahme dass sowas passiert glaube ich hoffe ich doch also ehrlich gesagt ich hatte es noch nie aber was will man machen auf so einer insel wäre gold nicht schlecht gewesen oder auf der da kann man wunderbar rundherum minen bauen auf den nicht oder auf einer von denen wäre es natürlich auch nicht schlecht naja irgendwann könnt ihr auch anfangen solange gehst du einfach mal dahin baut übrigens die feuerwehr nicht hier irgendwo so hin wo sie in reichweite des vulkans ist wenn ihr das macht das habe ich anfangs auch gemacht den fehler dachte ich mir okay dann brennt das scheiß ding halt und dann könnt ihr es selber löschen aber wenn so eine bombe die feuerwehr trifft ist die feuerwehr direkt kaputt also die brennt nicht die ist einfach kaputt und fertig habe ich euch jetzt erlaubt weiter zu bauen ja habe ich habe ich was neues ich habe die große werft ihr kriegt sofort bauverbot jetzt habe ich eigentlich alles was ich will wir könnten jetzt noch auf aristokraten aufstocken aber ehrlich gesagt die braucht man gar nicht schiffsreparatur beendet ja hol dir doch raus was du möchtest ich baue mir deine große werft die ein glück nicht viel kostet die ruiniert uns halt bloß wie viel habe ich jetzt ja ich habe mir vermutlich um die 500 werden wir brauchen dachte ich mir und ich bin der festen überzeugung dass wir früher oder später bei diesen dingern hier ein kakao problem kriegen es sei denn wir tun was dagegen immer schön den trend eurer rohstoffe im blick behalten weil wir das einmal gesehen hat am anfang wenn ihr einmal irgendwas nicht da habt das dauert eine zeitlang bis ihr halt nachproduziert auf den inseln vor allem wenn es auf fremden inseln ist ihr kriegt das nicht innerhalb von ein paar sekunden wieder hin es dauert bis das wächst und bis es halt so weit ist bis es bei euch ist aber du kannst trotzdem deswegen auch wie groß ist rot mittlerweile sehr groß was wollen sie alles immer noch das gleiche aber mich wundert dass sie grad kein keine keine und der computerspieler macht es auch immer ein bisschen anders als ich weil ich baue meistens nur auf einer insel eine produktion der baut auf jeder insel eine produktion das könnt ihr haben wie ihr wollt ich lager meistens irgendwann auch die produktion teilweise aus ich lager meistens irgendwann auch die produktion teilweise aus ist halt nur von anfang darf ich die rohstoffe primär auf der hauptinsel brauchen das kostet ja eh alles geld apropos geld wir brauchen mehr geld und